In diesem Video wollen wir einmal angucken, was beim Gauss-Verfahren passiert, wenn das zugehörige Gleichungssystem keine Lösung hat. Wir nehmen an, das Gleichungssystem ist wieder als erweiterte Koeffizientenmatrix gegeben. Das Beispiel hier ist jetzt relativ einfach gewählt. Das sollten wir leicht lösen können. Und wir wollen wieder zuerst seine Stufenform herstellen. Das ist hier eine 0, da eine 0. Und das ist an der Stelle ganz einfach. Erste Zeile können wir einfach abschreiben. Das ist 1, 1, 4, 8. So, bei der zweiten Zeile ist es so, wir wollen ja an dieser Stelle eine 0 haben. Und da können wir zweite Zeile minus erste Zeile rechnen. Ich schreibe es einmal daneben. Das ist also 2, minus 1. So, 1, minus 1 ist 0. 1, minus 1 ist 0. 6, minus 4 ist 2. 18, minus 8 ist 10. Und dann haben wir die zweite Zeile schon fertig. Und für die dritte Zeile können wir ganz ähnlich vorgehen. Wir können dritte Zeile minus erste Zeile rechnen, um die 0-Date hinzubekommen. Dann haben wir 1, minus 1 ist 0. 1, minus 1 ist 0. 5, minus 4 ist 1. 10, minus 8 ist 2. So, und damit haben wir auch an der Stelle eine 0 hergestellt. Wir sehen schon, wir haben mehr Nullen, als wir erwarten würden. Wir haben nämlich nicht nur hier eine 0 an den Stellen, sondern wir haben auch in beiden Fällen dort eine 0. Und das deutert schon darauf hin, dass wir da einen Sonderfall haben. Und das haben wir auch. So, was kann man jetzt noch machen? Naja, man sieht, zweite Zeile 2 und 10. Naja, das ist offensichtlich ein Vielfaches. Das heißt, wir können die zweite Zeile durch 2 teilen. Dann kommen wir auf folgende Form. 1, 1, 4, 8. Jetzt die zweite Zeile durch 2, also 1, halb mal 2. Das ist das 0, 0, 1 und 5. So, und jetzt können wir tatsächlich die zweite Zeile benutzen, um eine 0-Zeile in der dritten herzustellen. Zumindest können wir es versuchen. Das heißt, wir könnten jetzt rechnen, an der Stelle, dritte Zeile minus zweite Zeile. Und dann stellen wir fest, diese 0 minus die 0 ist 0. Also wir nehmen die schon geteilte Zeilen natürlich. Mit dem gleichen Argument kommt hier ebenfalls eine 0 hin. Jetzt haben wir als nächsten Schritt, haben wir 1 minus 1. 1 minus 1 ist 0. Und danach haben wir 2 minus 5 und 2 minus 5 ist an der Stelle aber minus 3. So, und jetzt haben wir was sehr Spannendes entdeckt. Und zwar steht hier was Merkwürdiges und zwar 0 und minus 3. Also wir haben keine reine 0-Zeile bekommen, sondern wir haben links in der Matrix, haben wir 0, hier aber nicht. Und wenn wir das einmal zurück übersetzen in das Gleichungssystem, in die Gleichungssystemnotation steht da, 0 mal x3 gleich minus 3. Und 0 mal x3 ist aber 0. Und das wiederum kann nicht sein. Und deswegen haben wir hier ein Problem und sehen, dieses gleiche System kann keine Lösung haben. Also hat das System keine Lösung. Hat das System keine Lösung. Also was sieht man, wenn man da das Gauss-Verfahren anwendet versucht, so eine Nullzeile oder Zeilenstufenform herzustellen und feststellt, man könnte eine Nullzeile herstellen. Dann hat man irgendwann, wenn es keine Lösung gibt, den Fall, dass wir links vom Strich Nullen haben und rechts eben genau nicht. Das ist anders als bei dem Fall, wenn es unendlich viele gibt. Dann gibt es eine Nullzeit, die komplett durchgeht.